Scheiße, bin ich zu spät schon? Hallo, guten Tag! Was? Kann doch wohl nicht wahr sein. Freut mich doch, dass ich wieder hier bin. Ja, überglücktes Himmel. Alles gut, Junge? Ja. Wie geht's? Bist du genauso gut auf mich vorher? Du auch. Du bist genau gleich, was ich vor zwei Jahren. Komm. Hallo. Hi, Dominik Kur. Freut mich. Freut mich sehr. Freut mich. Ich dachte, du wärst ein bisschen gewachsen jetzt, hm? Ein bisschen. Wir wollen vorbei. Wir sehen uns hier. Wie geht's? Gut? Ja. Sehr gut, sehr gut. Willkommen zurück. Danke. Ich hoffe, wir sehen uns nicht. Ich hoffe auch nicht. Ich hoffe auch nicht. Ich hoffe auch nicht. Ich hoffe auch nicht. Wir müssen ja verkaufen. Alles. Wahnsinn. Wofür finden Sie nicht? Em Bähne. Hä? Wahnsinn. Vielen Dank für's Zuschauen!